Moin! In diesem Video wollen wir uns mal angucken, wie man einen sinusförmigen Spannungsverlauf als komplexen Zeiger darstellen kann. Wir wollen uns mal den rot eingezeichneten Spannungsverlauf angucken. Also wir erinnern uns, so eine Funktion kann man doch darstellen, das ist die Amplitude mal Sinus von Omega t plus einen Phasenverschiebungswinkel Phi. Na ja, gucken wir uns mal genauer an. Ich zeichne mal zur besseren Orientierung die Nulllinie mit ein. Außerdem zur besseren Orientierung habe ich in blau gestrichelt eine Sinusfunktion mit der Amplitude 1 und dem Phasenverschiebungswinkel 0 Grad eingezeichnet. Okay, da sehe ich doch jetzt hier, dass der Nulldurchgang bei 30 Grad in diesem Diagramm liegt. Und außerdem kann ich ablesen, dass meine Amplitude 4,24 Volt ist. Okay, Amplitude ist jetzt einfach, aber wir müssen nochmal aufpassen, wie ist es denn in dieser Formel mit dem Phi? Muss da jetzt plus 30 Grad hin oder minus 30 Grad? Überlegen wir uns mal. Wir möchten ja, dass wenn wir diese Formel hier haben, dann soll dieser rot gezeichnete Sinus seinen Nulldurchgang haben, wenn wir für Omega t 30 Grad einsetzen. Na ja, ein Sinus hat den Nulldurchgang, wenn in dem Argument, in den Klammern, wenn da 0 Grad steht. Und dieser Sinus soll jetzt, wenn ich 30 Grad einsetze, im Argument 0 stehen haben. Und das bedeutet, ich muss hier das Minus reinschreiben. Ganz wichtig, wenn eine Funktion nach rechts verschoben wird, dann kommt da ein negatives Vorzeichen rein. Wenn sie nach links verschoben wird, dann wird der Winkel positiv in der Formel. Macht man gerne mal falsch. Okay, und jetzt wollen wir mal gucken, wie denn diese Spannung als komplexer Zeiger aussieht. Ganz allgemein können wir das ja ausdrücken als der Effektivwert der Spannung mal die Euler-Identität e hoch j Phi. Naja, ist jetzt ganz einfach. Es ist eine sinusförmige Größe. Da ist der Effektivwert die Amplitude geteilt durch Wurzel 2. Naja, und dann habe ich noch e hoch minus j 30 Grad. Da übernehme ich den Winkel, den ich eben schon bestimmt habe. Okay, und dann habe ich die Zahlenwerte ein bisschen getunt. Wenn ich das mal ausrechne, kommt da raus, dass es genau 3 Volt sind. So, das wollen wir mal zeichnen. Dafür malen wir uns hier so eine komplexe Ebene hin. Und dann wissen wir also, unser Spannungszeiger hat die Länge 3 Volt. Und außerdem hat er hier den Winkel minus 30 Grad. Tja, so einfach ist das. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal und schaut auch mal auf meiner Homepage vorbei. Der Link steht hier unter dem Video. Dort findet ihr eine ganze Menge Materialien, die euch im Studium helfen können. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.